Musik Und jetzt backen wir unser Viererlei. Was macht das Brot besonders? Zum einen vier verschiedene alte Getreidesorten, den Sauerteig mit Waldstaudenrocken hergestellt, der über Nacht geruht ist. Und wenn wir uns jetzt das Brot, das im Kasten gebacken ist, einfach mal anschauen. Hier diese Umwandlung, das sind Altenkräuter, das im späteren, im Geschmack ganz, ganz speziell ist. Was wir brauchen, die Waage, die Hammer, den Sauerteig, wir haben zum einen den Rotkorn, Vollkorn, den Emmer, unser Dinkel und wir haben Waldstaudenrocken als solches. Wir holen jetzt unsere Schüssel, wiegen alle Zutaten ein und hier nochmal ganz wichtig, die Funktion des Taras. Wir geben zuerst den Sauerteig ein. Einfach, es bilden sich gerne unten am Boden solche Mehlnister. Man denkt dann, eventuell der Teig wäre zu weich. Was aber daran liegt, dass am Boden das Mehl nicht durchgeknetet wird. So, der Sauerteig, der über Nacht geruht ist in den Kessel. Wir haben dann hier ein grobes Meersalz und wir brauchen ca. 20 Gramm. Auch hier, immer erst auf Tara. 20 Gramm, ich sage deswegen ca. 20 Gramm. Wir verwenden 20 Gramm. Wenn Ihnen das Brot eventuell zu flach ist, erhöhen Sie die Salzmenge. Wenn es Ihnen zu kräftig ist, reduzieren Sie die Salzmenge. Zu 20 Gramm ist für mich das Maß der Dinge. Und nun kommen die verschiedenen Mehl. Wir brauchen 150 Gramm Rotkorn. 300 Dinkel, Vollkorn. Und den Rest ergänzen wir nochmals mit 100 Gramm Emmer, so dass wir in der totalen bei 8, 160 Gramm Mehl wären. Und jetzt gehen wir nochmal in uns. Wir haben das Mehl, wir haben den Sauerteig, wir haben das Salz, Wir brauchen die Hefe. Auch hier minimal Hefe. Das heißt für mich, bei einem Kilo Mehl werden das 10 hier reichen, weil wir mit Vollkornmehlen arbeiten, reichen 6 Gramm Hefe. Wir nehmen hier eine Frischhefe. Und wenn Sie sagen, Sie brauchen nicht so viel Hefe, dann können Sie ruhig die Hefe auch eingefrieren, wieder schonend über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen und können Sie dann weiter verarbeiten. Zum Schluss das Wasser. Wir nehmen ein Messgefäß, stellen es auf die Waage und haben hier kaltes Wasser und messen 450 Gramm Wasser ab. Geben fast alles in die Teigschüssel. Die Mehle sind immer unterschiedlich, spannen die Teigschüssel ein, nehmen den Knethaken, programmieren die Zeit und 15 Minuten sollte der Teig kneten. Nur mal eine Zusammenfassung, das mache ich immer, dann weiß ich, ich habe anschließend nichts vergessen, wir haben das Mehl, wir haben das Salz, wir haben die Hefe, den Sauerteig in der Schüssel. Und jetzt wirklich 15 Minuten dem Teig Zeit geben, dass er sich entwickelt. Danach ausschalten die Maschine, ruhen lassen und nach weiteren 30 Minuten bringen wir das Brot in Form, wälzen es in den Kräutern, setzen es in die Form und wenn es reif ist, bringen wir es in den Backofen. hören, 're Mister das war für Kinder und ели viene , ?